Dass im Mannheimer Eisstadion die Erfolge gerne besungen werden, das wissen wir spätestens seit Norbert Langs Einlage in der Sendung am vergangenen Montag. Es gibt aber auch Musik, die von Profis gemacht wird, zumindest von solchen, die es werden wollen. Zu Gast im Studio ist heute eine Nachwuchsband aus Ludwigshafen mit dem Namen Slice. Sie spielen seit sechs Jahren zusammen. Das Repertoire tendiert eigentlich mehr in Richtung Hardrock. Heute haben sie uns aber einen saften Titel mitgebracht. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 und einen Tag später am Samstag im Treibhaus in Neustadt an der Weinstraße.